Hallo und herzlich willkommen zu Landwirtschaftssimulator 2017. Ist ja jetzt seit einigen Tagen raus, aber ich möchte euch heute zeigen, wie man da Geld sheetet. Sprich, wie ihr euch ganz ganz viel Geld auf einmal holt, ohne viel Arbeit. Um beispielsweise Maschinen auszuprobieren oder einfach mal so rumzuprobieren. Dafür öffnet ihr erstmal Landwirtschaftssimulator 2017, startet ein neues Spiel oder sucht euch irgendein angefangenes aus, wenn ihr schon eins habt. Speichert das kurz ab, einfach nur, dass ihr kurz drin gewesen seid und geht wieder zurück ins Hauptmenü von Landwirtschaftssimulator 2017. Danach könnt ihr das Spiel ausmachen oder anlassen. Jedenfalls sucht ihr auf eurem Desktop den Ordner mygames. Geht anschließend auf Farming Simulator 2017, also Landwirtschaftssimulator 2017. Jetzt kommt hier die Auswahl, welche Spielstände ihr schon habt. Beziehungsweise sucht ihr euch das aus, auf welchem Spielstand ihr euch das viele, viele Geld holen möchtet. Bei mir ist es der Spielstand 20, das ist der letzte. Aber je nachdem, was ihr für einen Spielstand gewählt habt, müsst ihr diesen auswählen. Anschließend geht ihr auf Carrier Safe Game. Dann öffnet sich diese Seite. Hier könnt ihr sämtliche Einstellungen vornehmen. Beispielsweise eure gespielte Zeit, die Stundenzahl ändern oder was weiß ich. Wisst zwar nicht, warum man das machen sollte. Aber ihr habt alle möglichen Einstellungen, die ihr ändern könnt. Aber ich möchte euch das Geld zeigen. Dann scrollt ihr hier nach unten. Und irgendwann kommt Money. Das ist diese Zeile hier. Müsst ihr mal suchen. Und da wählt ihr nur diese Zahl aus. Nichts weiter. Und ändert diese Zahl in eine beliebige. Sprich, so viel Geld, wie ihr haben wollt, das tippt ihr da ein. Habt ihr das abgeschlossen, geht ihr einfach oben links wieder auf Speichern. Und schließt das. Jetzt öffnet ihr Landwirtschaftssimulator wieder. Beziehungsweise ihr habt es schon offen. Und sucht euch dieses ausgewählte Spiel aus. Oder diesen ausgewählten Spielstand. Bei mir war es der 20. Je nachdem, was ihr hier gerade für eine Änderung vorgenommen habt. Und ihr habt das Geld, was ihr eingegeben habt. Also ich wünsche euch viel Spaß und viel Erfolg.